Moins Leute, was geht? Ich bin's wieder, euer Flushy Zockt und herzlich willkommen zu meinem brandneuen Part von Let's Play! Need for Speed Most Wanted aus dem Jahre 2005. So, dann gehen wir mal zurück zur Karriere und sehen einfach mal, wie es denn überhaupt so geblieben ist und ja, die Rennen haben wir schon geschafft und okay, ich muss dann noch 4 Meilensteine und ein Gesamtkopfgeld von 3.050.000 machen, okay. Ja, ich hab auf jeden Fall jetzt Bock auf eine Verfolgung, ey. Richtig. Wenn ich die Bullen richtig fertig machen will, ey. So. Jetzt wird die Karriere alles zeigen, euer, ich spür. Okay. Aber da haben wir schon 4 Cops auf jeden Fall und 8 Seegarten Meilensteine, dass ich, äh, ja, ich muss abhauen, okay. Also die Zeit geht runter. Ich mach das lieber jetzt erst, äh, also ich mach jetzt einfach den Meilenstein jetzt. Und, ja, dann ist das erste schon mal geschafft. Nein, 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 ich will hier nicht fähnen, Leute. Nein, guck mal, Leute, ey. Die sind so schlau, ne, die wissen immer, wo ich bin, ey. Ja, guck mal, Leute, ey. Okay, ich brauch einen perfekten Platz, äh, perfekten Flucht. Also, das ist echt, äh, grad unnötig, ey. Okay. Ja, der Helikopter kommt auch gleich im Einsatz. Ich muss schnell abhauen, Leute. Ist nicht gut. Ich finde ja, ähm, also das hier ist der perfekte Fluchtweg. Also, ja, natürlich, der Helikopter. Nein, das, äh, das, das, äh, hilft da nix. Okay, dann muss ich halt einen Stopper nehmen, mitnehmen, ne. Um sich aufschalten kann und... Ach, ja, jemand war so doof gewesen und hat draufgefahren, okay. Ach, Mann, Leute. Wir müssen doch alle mal Schubkarre fahren, ohne Witz, ey. Die können ja alle kein Auto fahren, ey. Okay, ich kann auch kein Auto fahren. Ich geb's offen zu, also. Ich muss auch Schubkarre fahren. Was soll's? Besser als Schubkarre, ne, ist ja sicher. Dann brauch ich halt nicht mehr solche Angst zu haben, auf die Straße. Okay. Also, was soll ich sagen, ey. Okay, dann flüchte ich jetzt einfach mal hier irgendwie durch die Autobahn. Das heißt, der Helikopter wird ja sowieso gleich, ähm, sich wieder zurückziehen, weil er halt nicht länger aushalten kann und, ja, ist halt so ne Pussy, ne. Und ja, ihr seht's, er ist ne Pussy. Fuck all right, ne Pussy. Oh, Mann. Okay. So, guck mal, Leute, ich schüttel die hier alle ab, Leute. Also, immer, ähm, einzeln, ey, schüttel ich die ab. Ach, die Zeit, Leute. Fuck, 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 fuck. Ja, komm, vergiss es, Leute, ich glaub. Nein, ich hab's nicht geschafft. Es soll's. Dann werd ich halt den Mannschein jetzt vergessen, was auch immer. Dann muss ich halt die anderen jetzt, die restlichen machen, okay. Ja, komm, Nadelbänder und so. Und, ja. Hm. So. So, okay. Ich bin da schon ein bisschen etwas. Ach, was soll ich sagen? Oh, die SUVs, Leute, die SUVs. Okay, shit. Okay, ich bin grad voll erwischt. Oh, 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 Leute, Alter. Was geht? Boah, ey. Übertreiben das voll, ey, die SUVs. Also, ich nehm dich voll mit, ey. Das ist so krass, ey. Das ist schon gewalt, ne. Und, bam, boah. Okay. Das war nix, ich weiß. Na, voll erwischt, ne. Ach, ne. Was soll's. Ist ja nix los hier, also, mit den Cops. Verstärkung wird, aber... Wie es aussieht, gleich kommen. Ha, okay. So, und bang. Okay, ich mach' nen vierten Fail. Und, bam. Wow. Also, wenn ich Langeweile hab', dann mach' ich halt hier so paar Fails. Und ihr seht, ich flieg' hier schon die Schülüfte. Und, nein, das war episch gewesen, Leute, dass ich wirklich weiter fliegen könnte, ey. Also, ich könnte noch die Musik fehlen, ne, von I Believe I Can Fly. Oh, ne Witz. Boah, getrackt. Ha, 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 ha. Okay. Mhm. Also. Ha, 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 ha. Das ist schon massiv, die Karre, Leute, sag' ich euch. Und. Oh, 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 ich wollte eben grad, äh, so nen Epik-Moment machen, Leute, ey. Also. Es müssen auch schon mal Epik-Moments kommen, Leute, ohne Witz. Das wär' sonst langreich. Oh, man, die sind echt schwer auszuschalten, ey. Oh, man. Ähm. Ha, ha. Lol. Oh, man, ey. Oh, wie der fällt, Leute. Das ist so krass. Okay. Man, die SUVs, ne, die kommen halt nur, wenn die mich halt von, äh, gegen, wie soll ich sagen, so. Dass sie halt auf mich zustoßen, oder so, wie soll ich sagen. Oder auf den Straßensperren, äh, oder auf den Straßensperren, kommt nicht mal vor. Aber, nicht so ne Verfolgung, wie soll ich, also so, immer ne Verfolgung bleiben können, die mich, ey. Also, Pussis. Ach, Mann. Also, ich hätte jetzt am liebsten gerne, ähm, gegen die Fahndungsschiffe 5 noch gekämpft, ey, aber, wie's aussieht, sieht's noch gar nicht so aus, ey. Okay. Man muss sich auch aushalten, Leute, ey. Ist ja langweilig, Gott. Oh, ich brauch noch nur, hier, zwei Mannenstein, okay. Achso, ja, man muss mal versuchen, wirklich, die halt, ey, sich zu erwischen, ey. Also, ich, nein, nein, das ist nicht gut, Leute, das ist nicht gut. Das ist nicht gut, aber, ich komm wieder raus. Geht doch. So. Ja, ich, äh, hab mir heute mal überlegt, dass ich, ähm, heute schon mal mit der Kanalvorstellung anfangen könnte und, ja, äh, also ich muss es heute noch, ähm, Uploadplan noch ändern, dann, also, dass halt die Kanalvorstellung heute, also, also am Samstag, heute, also heute, das ist, so, jetzt komm. Nein. Ach, das war schade, ey, Leute, das ist echt schade, ich krieg hier keine Info-Moments, ey. Also, ich werde heute, ähm, auf jeden Fall eine Kanalvorstellung machen, ich werde mal gucken, wie ich denn heute vorstellen werde und, ja, halt nur solche Gamers, natürlich, nur, ähm, nur mit, ähm, also ich möchte halt nur Gamers vorstellen, Leute. Mal selber ein Gamer, aber ich mache ja auch sonstiges, ne, aber das bleibt so, also, ich werde nur Gamers vorstellen und, äh, nicht so, so, nicht, nicht so eine andere Kategorie, also, ne. Ja, okay, das ist auch wieder hier geflogen, okay, nein, das ist nicht gut, das ist nicht gut, Leute. Ja, Leute, ich war ja auch in die Lüfte geflogen und ich war auch schon ein bisschen etwas, äh, oh, hallo, 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 dicke Schwein, du, dicke Schwein, du, ja, ihr dicken Schweine, ihr, na, ihr Pussis, okay, fuck right, ne Pussy, get tracked, ey. Okay, okay, ja, jetzt fehlen mir nur noch die Nadelbänder, Leute, ey, okay, ah, wen haben wir denn hier? Ich dachte mir, der schaut sich von alleine oder so im Kreis, also, ja, es gibt halt solche buchsen, nicht vor Speed Must Wanted, ach, ja, das ist ein altes Spiel, halt, ich muss auch ehrlich sagen, dass ich das halt nicht mehr in der Freizeit spiele und, ja, äh, ich hab das halt für immer in der Freizeit gespielt, weil ich ja immer Langeweile hatte und, ja, Leute, ich hab das echt, äh, langgezockt, das Spiel und, mhm, es wird ja schon mal langweilig behalten, ne, aber ja, beim Commentary ist es halt schon was Besonderes, also, ist ja nicht so langweilig, so, okay, jetzt komm, jetzt muss da, jemand noch kommt, verdammt, ich bin noch nicht fertig, nein, ich bin in der Flucht, Leute, das ist nicht gut, aber, ich hab alle Meilensteine geschafft, okay, ja, dann mach ich halt jetzt die Flucht, Leute, ich mach jetzt die Flucht, ich brauch ja sowieso, äh, ich weiß nicht, wie viel Kopfhörer ich denn noch brauch, ich weiß nicht, aber da steht jemand wieder, da ist wieder jemand in Sicht, Leute, nein, okay, so, dann mach ich halt, äh, die Radarfallen, damit ich halt noch Kopfgeld noch dazu krieg und, ja, ich muss gucken, ne, wie viel, ähm, also ich brauch vier Meilensteine und ich hab ja, war jetzt schon drei geschafft, so, okay, das Kopfgeld will ich noch sehen, und, wow, okay, 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 Leute, der Mann ist echt ernst, wow, ich hab echt Schiss vor dem, nein, war Spaß, natürlich hab ich keinen Schiss, ey, vor dem, der kann sich von mir aus, ja, das ist mir egal, ich werd den sowieso fertig machen, also der kann sich auf mich freuen, Leute, ey, okay, so, okay, ne, schöne Nachricht, ja, aber kommt, Leute, das kann ich mir echt nicht mehr wieder anhören, ey, wie der gelabert hat, okay, so, ach, ja, das Kopfgeld haben wir ja schon geschafft, aha, schon das mehrfache, also schon ein bisschen mehr, so, dann machen wir noch eine Radarfalle und dann sieht's wohl wieder jetzt der nächste Herausforderung aus, ne, okay, hoffentlich, hoffentlich nehme ich die auch mit ihrer Darfalle, kein Fehler, bitte, ja, zu langsam, ey, ich hab gar nicht gesehen, wie viel KMA, ey, Flaxen oder was, 290 KMA, okay, da muss ich, äh, das ist, äh, das ist nicht machbar, ich hab ja auch grad kein NITRO, Leute, ey, okay, das geht gar nicht, nein, ich muss echt, ich muss jetzt den ganzen NITRO, äh, haben und, ja, ich nehme jetzt einfach hier einen längeren Weg, ne, damit ich das packen kann, also 290 KMA, okay, das ist ne Herausforderung, du, aber das werde ich schon, äh, bewältigen, Leute, die Herausforderung, das werde ich schon schaffen, ne, so, okay, 250, okay, ich weiß, ich schaff das noch, ich hab das noch, ich weiß Bescheid, ja, ja, okay, ich hab das gefunden, nein, Ah, komm Leute, ay, komm Leute, blüwith, ich hab viel ab Kirke, ich hab viel abgem instructions, ach, nein, ich hab... dahin, ich hab das noch plates, äh, was, ich hab mir der結oul workplace, nicht ooh, ich hab Ah, ok, 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 ja, ich hab's geknackt, ok, 60.000 Kopfgeld, yay, ok, ach ja, der andere, klar. Dieser Armleuchter ist bereit, fahr hin und mach ihn fertig. Ja, ich, erst muss ich ja noch jetzt den Part noch beenden und ja, ok, dann, ja, lasst mal einen Daumen hoch, ne, wenn es euch gefallen hat und ja, dann muss ich mich jetzt verabschieden und ciao.